Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um... Ich bin Simon Dessil! Das nun folgende Video kann Ansätze von Sarkasmus und Satire enthalten. Wenn du schwache Nerven hast, schalte besser aus. Simon Dessil! Ja, was soll ich zu dir sagen? Wobei... Ich hab's! Du bist scheiße! Wobei, das muss ich jetzt berichtigen, denn aus Mensch kenne ich ihn nicht, da weiß ich nicht wie er ist, aber sein Content ist definitiv scheiße. Der Typ bade den Essenmann, jetzt im Ernst! Auf der anderen Seite der Welt sehen Kinder so aus... Findest du es selbst nicht auch ein bisschen erbärmlich, dass Menschen verhungern und du im Essen badest? Das, worin du gebadet hast, hätte definitiv mindestens 10 Leuten ihr Leben gerettet. Doch du badest lieber darin. Ich hab deine Videos mal gefeiert. Ich hab dich aus YouTube mal gefeiert. Doch mittlerweile gibt es nur noch Hass. Gratuliere, Simon! Du hast das Niveau von YouTube wieder mal auf einen tiefen Punkt gebracht. Aber weißt du was? Ich verzeihe dir. Ich verzeihe dir, dass du ein kleiner mieser Buster bist, der nur Klicks machen möchte. Ich glaub daran, dass tief im Inneren du dich mit deinem Content selbst nicht identifizieren kannst. Das Video macht vielleicht viele Views. Aber jetzt, was ich mit dem Video mache, sämtliche Einnahmen, die dieses Video generiert, werde ich an die dritte Welt spinnen. Denn ich möchte nicht mit so einem Scheiß Geld machen für mich. Zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, bitte mach nie wieder solche Videos. Erstens möchte dich niemand in Unterhose sehen. Zweitens ist sowas einfach niveaulos. Nichtsdestotrotz war es das für das heutige Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Teilt das Video oder abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao! 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 Ciao!